Hallelihallöchen und Willkommen zu meiner Lieben Tanokis. Da wollte ich meinen Grüßen einfach nicht annehmen, aber naja auch nicht schlimm. Ja, wir sind jetzt hier bei der letzten für am Samstag. Und zwar bei der täglichen Erkundung. Huchala. Und da fangen wir im Tiftunulvet an. Deswegen bin ich auch schon hier. Das sind die H-Locken, die sind hier oben. Das heißt, da muss ich schon manueller hinlaufen, weil per Autowalk rennt mir die ganze Zeit dagegen diese blöde Wand. Und ihr müsst ja da so ein bisschen über die Ecken hüpfen. Also einfach hier so hin, hier so hinziehen, hüpfen. Dann den Berg hier schön hochrennen. Und hier gegen Ende auch nochmal Hüpf machen. Und dann holt ihr euch hier eure Sachen wieder ab. Wie ihr seht, habe ich auch schon wieder alles leer gemacht. Ähm, ja. Ich werde halt natürlich wie immer beim letzten Buddeln euch verabschieden. Wo ich halt für mich selber dann privat weiterbuddel. Weil das tue ich euch halt nicht an. Weil das wirklich einfach nicht schön ist, wenn ich euch das antue. Das verzögert nur die Zeit, dadurch dauert es nur länger. Und das muss ja nicht sein. So, Nummer 3. Fertig. Hier rauszukommen finde ich meist immer schwieriger, je nachdem wie ihr trefft. Ähm, ja. Ad Fakt. Intriato. Energiekern ist übrigens für Eidolon Wunsch. Gefallenes Irrlicht braucht ihr 5 mal erstklassig. Und die Keramikkafe braucht ihr 25 mal erstklassig. Also Energiekern und Keramikkafe 25 erstklassig. Da müsst ihr dann auf jeden Fall buddewuddeln. Wo ist denn das Artefakt? Ach, da ist das Artefakt. So. Jetzt stecke ich hier in der Wand fest. Bin ich zu früh abgewogen und dann hat es geleckt. Und dann bin ich in der Wand hängen geblieben. Das ist echt ärgerlich. Also die anderen sind übrigens auch da oben. Müsst ihr dann schon hingehen. Könnt aber auch Glück haben, dass hier unten direkt die 3 für euch sind. Wieder ein kleiner Leck. Wie immer. Energiekern in der Sturmprairie. Dann mal dahin laufen. Also sind wir auch so gut wie mit Samstag zumindest fertig. Das heißt, wenn ich jetzt mit den Samstagssachen fertig bin, kann ich mich demnächst halt vielleicht auch noch heute Abend ein bisschen drauf konzentrieren, ein bisschen was anderes aufzunehmen. Mal gucken. Das wird sich zeigen. Also wie gesagt, ich werde natürlich ein bisschen um alles kümmern nach und nach. Es dauert halt so eine Zeit. Weil wie gesagt, man muss ja wirklich auf die Zeit investieren, die Sachen aufzunehmen. Und wenn man das so spontan vernünftig angefangen hat, dann dauert es halt auch, dass man wirklich richtig drinne ist. Deswegen ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich keine starken Projekte jetzt so mache, sondern halt so Projekte, die ich wirklich gut kenne. Also Spiele, die ich gut kenne, womit ich Spaß habe, wo ich Fun habe, wo ich mich so ein bisschen anders reden und spielen gewöhnen kann. Wo das eigentlich ganz gut immer bei mir bis jetzt läuft. Auch wenn schon mal so kleine Ärgereien dazu kommen. Jetzt müssen wir im vergessenen Wald buddewuddeln. Ich weiß nur nicht, war das jetzt vor der Inni oder war das jetzt nicht vor der Inni? Da muss ich nachgucken. Und wie gesagt, demnächst werde ich auch mal eine neue Musik haben. Das dauert halt nur ein bisschen, bis ich die gezogen habe. Äh, nein, das war nicht vor der Inni, das war dort. Ich verabschiede euch auf der letzten Map, weil da muss ich auch heute noch buddeln für meinen letzten Diplomarchiologen-Erfolg. Falls ich die überhaupt vollkriege, kann ich das ja auch mal kurz zeigen. Diplomarchiologe, hier. Ja, mir fehlen halt noch die letzten paar für diese beiden Erfolge, also für den, wo ich auch den Titel dann kriege, fehlen mir noch und die sind halt heute im Wasserfalldschungel da. Deswegen werde ich die auch auf jeden Fall heute buddeln. Weil für die anderen Sachen muss ich nicht buddeln. Kein Glitzer, kein Glitzer, kein Glitzer. Hier ist es aber glitzerleer. Und alle hier hinter den Steinen versteckt. Das ganze geglitzer. So. Hier haben wir nochmal geglitzer. Gebuddel. Gebuddelbuddel. So, dann geht's weiter. Ja, jetzt haben wir hier den Bug. Keine Ahnung, warum der jetzt sehr aufgetreten ist. Das ist noch nicht mal immer, wenn er es portet. Das kann auch einfach so mal glitschen. Aber meist passiert das halt auch, wenn du dich durch die Gegend portest. Aber irgendwie wollte er jetzt sagen, nee, ich glitsche mich jetzt trotzdem. Und zeig dir beides an. Das ist sehr lieb. Kunstvolles Handwerk im Gaia Plateau. Also da werde ich auch nochmal einzeln Gaia und Schnee aufnehmen. Für euch, die Tage. Immer leckt das hier so. Das ist so furchtbar. Ist so furchtbar nervend. Immer bei dieser Brücke. Immer bei der Angelstelle in der Nähe. Danach läuft es so puffelt es sich. Aber Hauptsache bei der Angelstelle muss es erstmal lecken. Dann mal gucken. Dass wir hier unsere Glitze auch zusammenfliegen. Unser Gebrudel. So, hinunter mit uns. Dann geht es jetzt nach Smaragd-Sumpf zum gefallenen Örlicht. Sind jetzt auch schon langsam auf dem Weg Richtung Ende. Ach Gott, ist immer dieses Geläge hier. Aber ist mein PC schon ziemlich stark. Obwohl schlimmer ist es, wenn ich Spieler anhab. Deswegen bin ich auch froh, dass ich sie gerade aussah. Und die werde ich auch weiterhin immer auslassen beim Videos aufnehmen. Weil das echt ärgerlich ist. Ich muss auch gestehen, dass ich das echt ärgerlich und nervend finde. Also gerade wenn du die Quest machst, jetzt hier für die Gilde. Die geht ja jetzt bis der Welt 10. Und wenn ich da immer jedes Mal hingehe und ich will dieses Level nur machen. Die Punkte nur sammeln und jedes Mal. Also leckt es wie kein zweiter und das nervt tierisch. Aber naja, wenn die meisten da meinen, angeln zu müssen. Das ist ja immer nur, weil da so viele an der Angelstelle sind. Dann auch noch die NPCs dazu, die da so rumchillen und sich da prügeln mit Gegnern. Das sorgt dann natürlich alles für eine Leggung zwischendurch. Also gerade für Leute mit schwachem PC, die haben dann nicht mehr Schwierigkeiten, als ich sie habe. Das ist dann einfach nur echt ärgerlich. Verbröckelte Steintafel, also auf eine Sternenschnuppenplatte. Und wenn alle Bogen tut weh, merke ich gerade. Ich halte den aber auch die ganze Zeit so und stütze mich da so stark drauf. Also mit der Zeit, klar, dass dann das Gelenk sagt, ich habe Schmerzen. Und etwas daneben schlagen. Ein bisschen besoffen durch die Gegend hauen. Tja. So blond kann man sich dabei anstellen. Dann geht es für uns zurück und machen die letzten drei Sachen. Neben Mortinger Hafen, eben mal grüne Steppe und bei Wasserfalldschungel verabschiede ich euch ja immer. Und dann hoffe ich, dass ich das mal geschafft habe. Und dann werde ich euch trotzdem im Wasserfalldschungel immer verabschieden, weil ich sonst nur sowas zu tun habe. Außer ich bekomme ein Album, das ist unbedingt davon eine der Sachen haben wir von den Vorsachen. Dass ich dann wieder 25 mal sammeln darf. Solange das nicht vorkommt, werde ich euch weiterhin halt auf der letzten Map immer beenden. Zum Beispiel an dem Donnerstag, wo ich recht knapp aufgenommen habe, die tägliche Erkundung, habe ich ja nur die Mana Parasiten falsch gemacht. Aber die hätte ich ja für Faust gebraucht. 15 mal, aber nur erstklassig. Da habe ich dann da gehangt und habe gedacht, verdammt, das war doof. Aber naja. So. Nebenbei wurde ich angeschrieben. Via Gruppe. Ja, obwohl ihr das unten nicht lesen konntet, es stand oben. Dadurch konnte man das halt super gut lesen. Daher wusste ich das, was man von mir wollte. Ich habe das auch nebenbei gemacht. Es hat auch nicht so doll gelegt. Normalerweise leckt das ja immer. Jetzt haben wir auch direkt den Lied wiedergegeben. So. Schönen Gruß an die Person, die auch jetzt mit in der Gruppe gekommen ist. Aber mit der rede ich ja eh gleich. Auch falls ihr das Video mal seht, auch schönen Gruß, dass du hier begrüßt wurdest. Und ich habe mir einen Nerv in den Rippen geklemmt. Mal wieder. Das ist übrigens auch nichts Neues. Da kriege ich auch schon immer Ärger von meinem Freund. Wie gesagt, ich soll in Watte gepackt werden, weil ich mir immer irgendwo ran weh tue oder mir alle paar Meter irgendwo einen Nerv klemme. Naja. Ich sage immer, sage ich nicht einmal am Tag, au, geht es mir nicht gut. Das sage ich immer so aus Gag. Kriege ich aber auch immer Ärger, wenn ich das sage. Aber gut, was will man machen? Das passiert und da kann ich nicht viel dagegen machen. So, jetzt noch da buddeln und dann zur Wasserfalldschungelbuddelstelle gehen und dann bin ich fertig. Ich habe so die Vermutung, dass die alle gerade eher so in den Privatanwesen chillen oder ich meinen Channel verlassen habe und auf einmal auf Channel... ähm... Channel 1 oder 2 bin. Das passiert schon mal. Aber ich glaube nicht, dass ich den Channel verlassen habe, weil ich habe den Channel selber nicht gewechselt. Ich war weder in einem Anwesen noch im Navia. Also wäre das sehr merkwürdig, wenn ich mitten beim normalen Teleport auf einmal den Channel gewechselt habe. Weil okay, dass mir das mal passiert, wenn ich in meinem Gildenanwesen, dein Privatanwesen oder nach Navia und wieder raus... Da kann das schon mal passieren. Also zumindest ist es mir bis jetzt oft nur passiert, wenn ich aus meinem Anwesen oder aus dem Gildenanwesen mal raus bin. dass ich auf einmal auf Channel 1 war, obwohl normalerweise mein Standard Channel CH3 ist. Ja, deswegen... Ich werde da gleich auch nachhorchen, wenn ich hier fertig bin. Weil das Wichtigste habe ich jetzt erstmal aufgenommen. Und den Rest kann ich auch, keine Ahnung, wann auch immer in der Nacht machen, auch wenn ich es so lange nicht machen möchte, gerne. Aber könnte ich. Was ist denn? Ach, da hinten. So, wie immer stelle ich mich da jetzt ab. Verabschiede euch. Und dann buddle ich für mich selber weiter. Und dann sieht man sich vielleicht später in einem anderen Video, was wir noch machen. Aber das werdet ihr sehen. So. Das war es aber dann auch, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Und bis denn, tschaui.